Was ist denn bei dir los? Hast du einen Schatten? Kennst du das nicht? Das habe ich in 80ern auch immer gemacht. Da hast du Jeans in heißes Wasser getan und hinterher sitzt die Jeans knalleng an deiner Haut. Aber wieso denn mit so einer engen Jeans und die Lockenwickler? Das passt doch gar nicht zu dir. Ich habe einen Plan. Ja und? Monique, die Freundin von Dave, die steht voll auf David Hesselhoff und die hat mir sogar gesagt, ich sehe ihm so ähnlich. Weißt du was? Ich mache ihr den Hoff. Du bist ein Witz, Lockenwickler. Komm lieber aus der Wanne raus. Die Hitze tut ja nicht gut, Mann.